Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Drei Jahre Französisch und trotzdem muss ich mich des Landes in meiner Sprache schämen. Hi. Hi. Französisch langweilt so krass und Franzosen erst. Selbstsüchtige, arrogante Baguette-Fresser. Schätze, du würdest dich mit meiner Mutter nicht so gut verstehen. Nein? Sie ist Französin. Frankreich-Austausch? Wenn du glaubst, dass ich mich mit 20 Chanson-trellernden Pseudo-Hippies in einen Bus setze, vergiss es. Oh, Chanson-Easy-Badab-Badab-Oh, Chanson-Easy-Badab-Badab- Showtime! Ich arbeite. Sebastian. Du bist mein Chore. Was hat er gesagt? Er ist ein Austauschpartner. Bei ihm wohnst du die nächsten zwei Wochen. Bienvenue. La salle de baila. Was? Willkommen am Arsch der Welt. Bonjour. Ich bin wegen Valerie. Mädchen sind so in dem Alter. Valerie nicht. Was ist denn mit dieser Französin? Charlotte? Ja. Die macht einen erfahrenen Eindruck. Vielleicht bringen sie ihn ja französisch bei. Läuft da was zwischen dir und Charlotte? Nein. Ich bin wegen dem Blut. Ich bin wegen dem Leben. Ich bin wegen dem Blut. Die Brick. The Brick. Hinter deinen stillen Hasen. Augen, die Gedanken haben. Valerie. Hey, mein Bus. Der Blitz kann raus in dein Gebleibstilz!